Damit finden Sie immer Anschluss. Der 4-Port-USB-Hub von Perl erweitert Ihren Desktop-PC oder Ihr Notebook um drei USB-Ports. Das Anschlusskabel lässt sich platzsparend im Gehäuse verbergen. So gewinnt der ohnehin schon kompakte Hub noch zusätzlich an Format und lässt sich auch in der kleinsten Tasche verstauen. Ein echter Hingucker ist außerdem die blaue Beleuchtung. So macht der Hub auch optisch eine gute Figur. Und das ganz ohne zusätzliche Stromversorgung.